Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist wiederholt Adrien von Speyer, die uns zu unserem Evangelium und damit auch zu dieser großen Reliquie Christi, die in unserer Kathedrale nicht nur verwahrt, sondern hoffentlich auch verehrt wird, uns folgenden Gedanken schenkt. Unter den Kleidern des Herrn befindet sich der Leibrock, der nahtlos aus einem einzigen Gewebe besteht. Dieser Rock, den er trug, ist Gleichnis seines Lebens. Auch sein Leben ist nahtlos vom Anfang bis zum Ende. Von Gott her, von oben, wie das Evangelium sagt, kam er in die Endlichkeit dieses Lebens. Er wurde geboren, er lebte und starb, aber sein Anfang und sein Ende liegen in der Unendlichkeit des Vaters. Sein ganzes persönliches Wesen ist dasjenige, das ihm vom Vater mitgegeben worden ist. Es stammt ganz vom Vater. Und so wird dieser Leibrock, so Adrien von Speyer, erfüllt seinen Zweck als ein Andenken, als Reliquie des Herrn. Wir kommen durch ihn mit dem Heiligen in Berührung und sie weitet das aus auf jede Reliquie. Das ist nicht einfach etwas Magisches, das wir berühren, sondern mit diesem ununterbrochenen Anfang von Gott her bringen uns Reliquien, gerade auch die des Herrn, in Berührung. Dazu sind, so sagt sie, alle Reliquien da, um vom Leiblichen hinzuführen zur nahtlosen, unendlichen Gnade des Herrn. Auch wenn eine Reliquie einmal die Gesundheit eines Kranken erwirkt oder sonst die Erhörung einer Bitte, so ist die erhaltene Gnade darum doch nie eine beschränkte Gnade. Jede Erhörung ist immer nur Anlass für die Erweiterung des Glaubens und der Liebe, die in sich grenzenlos sind. WDR 2.0 WDR 3.0 WDR 4.0 WDR 4.0